Hallo, Moin Moin aus Uelzen. Hier ist das nächste Projekt VW T6.1 Multi-Van, den wir schon ein Aufstelldach verpasst haben. Vorbereitungen laufen für unseren CarClinic Action Camp 2.0 Ausbau. Das Schienensystem für die Raimo V3000 Schlafsitzbank haben wir schon montiert. Innen drin ist der soweit vorbereitet für den Komplettausbau. Der kriegt nachher auch unseren CarClinic Klimahimmel Anpassung, Aufstelldach mit Open Sky Zeltbalk sowie eine 150 Watt Solaranlage für das autarke Campen. Wir halten euch wieder weiterhin mit Videos und Beiträgen auf dem Laufenden, wie wir diesen schönen Multi-Van in einen Camper verwandeln. Aufstelldach in Wagenfarbe lackiert. Schaut euch gerne mal auf der Homepage um unter CarClinicUelzen.de, Instagram, Facebook, TikTok und YouTube. Da werden wir euch alles zeigen. Wir bauen hier Außentransporter, Camper, Multi-Vans, Karavelle mit Innenverkleidung und Klimahimmel bauen wir hier um. Die passen wir alle an für unseren CarClinic Action Camp 2.0 Ausbau. Lasst euch überraschen. Wir werden euch weiterhin mit vielen Videos und Beiträgen auf dem Laufenden halten. Habt alle ein super schönes Wochenende. Es soll ja warm werden und wir sehen uns nächste Woche. Ciao!